So, schönen guten Abend, liebe E-Commerce-Freunde, liebe Print-on-Demand-Fans, herzlich willkommen zum nächsten Video. So, dieses Video habe ich im Endeffekt gemacht, weil ein Bekannter von mir, der sich bis vor zwei Wochen immer noch nicht von mir bekehren lassen wollte, jetzt hat er sich bekehren lassen, bis vor zwei Wochen immer noch versucht hat, ich betone versuchen, mit E-Commerce erfolgreich zu werden, und zwar im Speziellen mit Dropshipping. Und Dropshipping funktioniert heutzutage einfach nicht mehr, und vor allem erst recht nicht so, wie die ganzen Leute versuchen, E-Commerce mit Dropshipping zu machen. Was ist der Punkt? Erstens mal, Leute, die neu im Print-on-Demand-Bereich sind und ursprünglich aus dem Dropshipping-Bereich kommen, schreiben mich meistens an und fragen mich, hey, soll ich am besten einen Nischen-Store machen, soll ich einen Channel-Store machen oder soll ich einen One-Product-Store machen? Und vor allem fragen sie mich meistens, ob und wie sie einen Channel-Store machen sollen. Und hier an der Stelle, ich sage es einfach mal knallhart, so wie es ist, Channel-Stores sind absoluter Bullshit. Ich kann es nicht anders ausdrücken, weil es einfach so ist. Ich kann das nicht beschönigen. Was machen Dropshipper normalerweise bei Channel-Stores? Sie bauen im Endeffekt einen Store auf, der bunt gemischt ist mit den unterschiedlichsten Produkten aus den unterschiedlichsten Nischen für die unterschiedlichsten Zielgruppen. Im Endeffekt ist es nichts anderes als beim Flohmarkt eine Wühlkiste. Nichts anderes ist das Ganze. Und wieso machen sie das? Weil sie dann im Endeffekt die einzelnen Produkte, die in diesem Channel-Store drin sind, testen und dann denken, okay, wenn eins davon irgendwie besser funktioniert, dann nehme ich das aus dem Channel-Store raus und hau es in den anderen Store ein und mache dann vielleicht einen Nischen-Store draus. Okay? Und das funktioniert natürlich nicht. Überleg mal, dir wird eine Anzeige ausgespielt für Fußball. Du bist ein absoluter Fußball-Fan. So, jetzt klickst du auf diese Werbeanzeige und wirst weitergeleitet auf einen Store, wo es neben Fußball gibt es Regenschirme, es gibt Toilettenpapier, es gibt Schränke, es gibt keine Ahnung, was es noch gibt, es gibt Fotokameras und so weiter. Also du siehst, da wo du landest, das ist absolut kein Nischen-Store, das ist niemand, der eine Expertise im Bereich Fußball hat oder der auf Fußball irgendwie spezialisiert ist. Du denkst dir, ah, wenn ich hier den Fußball einkaufe, ob der wirklich gute Qualität hat, weil dieser ganze Shop kennt sich ja scheinbar mit Fußball im Speziellen überhaupt gar nicht aus. Der ist nicht positioniert für Fußball. Hier fühle ich mich als Fußball-Fan, als Fußball-Spieler einfach nicht gut aufgehoben, weil vielleicht ist dieser Fußball einfach nur ein Produkt, was er gerade reinbekommen hat und irgendwie mit verscheppert auf gut Deutsch. Das heißt, was passiert ist in diesen General-Stores, sind zwei Punkte. Erstens mal, der Kunde fasst überhaupt kein Vertrauen, denn selbst wenn er Interesse an dem Produkt hat, wenn er sieht, was ihm noch alles verkauft wird, er verliert das Vertrauen und er hat es von vornherein nicht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass der Kunde diesen Shop wieder verlassen wird und gar kein Kauf getätigt wird. Für den extrem unwahrscheinlichsten Fall, dass er sich dazu entschließt, dort einen Kauf zu tätigen, dann kann man ihm keine Upsells verkaufen, keine Zusatzverkäufe, weil du kannst ja jemanden, der jetzt den Fußball kauft, dem könntest du zum Beispiel noch Fußballschuhe anbieten, du könntest ihm irgendwie diese Stulpen, also diese Fußballstulpen anbieten, du könntest ihm Torwart, Handschuhe oder irgendwas, Fußball-T-Shirts, Fußball-Hoodies, alles mögliche anbieten, was mit Fußball zu tun hat. Aber wenn du sonst in dem Shop nur irgendwie Shampoo, Klopapier, Schränke, Fotokameras etc. hast, dann kannst du ihm keinen sinnvollen Upsell anbieten. Das heißt, auch hier bleibt der Wert des Kunden, also der Einkaufswert extrem, extrem gering. Das heißt, dieses ganze Konstrukt von General Stores macht überhaupt gar keinen Sinn, das was diese ganzen klassischen AliExpress-Dropshipper da draußen machen. Es macht einfach überhaupt keinen Sinn. Deswegen ganz klar, wenn du mit E-Commerce erfolgreich sein willst, beziehungsweise hier an der Stelle noch ein weiterer Hinweis, die Produkte, die die Dropshipper in ihren General Stores drin haben, sind Produkte, die jeder auf AliExpress finden kann. Sie haben keine kundenindividuellen Produkte. Das sind Produkte, die sie anbieten, wo sich tausende von Online-Marketer draufstürzen. Was passiert? Der Markt ist überschwemmt mit Werbeanzeigen von demselben Produkt und dann wundern sie sich, dass sie entweder gar keinen Umsatz machen oder wenn jemand Umsatz macht, dann sind es nur die ganz Großen, die Big Player, die mit so viel Kapital in den Markt reingehen, dass ihre Werbeanzeigen ganz, ganz oben erscheinen. Das heißt, die ganzen kleineren Leute haben überhaupt gar keine Chance, dagegen anzukommen. Das einfach nur noch an dieser Stelle. Deswegen bau immer einen Nischen-Store. Wenn du einen Nischen-Store hast und der Kunde kommt über deine Werbeanzeige in deinen Shop, fühlt er sich erstmal extrem zu Hause. Warum? Weil dein komplettes Shop-Design an die Nische angepasst ist. Wenn du einen General-Store hast, wo alle möglichen Produkte drin sind, aus unterschiedlichen Nischen, dann kannst du dein Design logischerweise nicht an eine Nische anpassen. Das bedeutet, wenn der Kunde in deinen Nischen-Store reinkommt, fühlt er sich automatisch wie zu Hause. Er sieht irgendwie, wenn wir beim Beispiel Fußball bleiben, du hast ein Logo, das hat mit Fußball zu tun, du hast eine Domain, die hat mit Fußball zu tun, du hast ein Shop-Design und Farben da drin, die haben mit Fußball zu tun, du hast Kundenbewertungen mit Bildern drin, mit den entsprechenden Produkten, die die Kunden verwenden, die haben mit Fußball zu tun. Der Kunde weiß, das ist mein Shop, das ist meine Nische, das ist meine Leidenschaft, hier fühle ich mich wie zu Hause. Und das ist extrem, extrem wichtig. Das hast du bei General-Stores eben nicht. Nächster Punkt ist, du hast hier, wenn du einen Nischen-Shop machst, wir sind im Print-on-Demand-Bereich unterwegs, das heißt, wir kreieren Kunden individuelle Produkte. Das heißt, wir kreieren für die Fußball-Fans wirklich auch nur Produkte, wo wir vorher durch Design-Recherche rausfinden, das sind Produkte, die in der Nische gut ankommen. Und wenn wir dann nochmal zusätzlich testen, was kommt besonders gut an, was kommt schlechter an, kreieren wir Designs, die immer mehr in diese Richtung gehen, die eben gut verkauft. Das heißt, wir stellen im Endeffekt Produkte für die Zielgruppe in der Nische her, die bei denen gut ankommen. Ja, wir kriegen Feedback von ihnen über unsere Werbeanzeigen und produzieren dann praktisch mehr von dem, was sich gut verkauft und nicht irgendwelche allgemeinen Artikel. Nächster Punkt ist, wie gesagt, erstens der Shop bei uns, wenn wir in unserer Nische drin sind, ist immer für unsere Kunden, für unsere Zielgruppe optimiert. Nächster Punkt ist, hier kannst du E-Mail-Marketing machen und zwar sinnvolles E-Mail-Marketing. Wenn du den General-Store hast, dann hast du, wenn überhaupt jemand einkauft, hast du eine Liste von Kunden, der eine interessiert sich für den Fußball, der andere für eine Kamera, der andere für einen Schrank, für was auch immer. Wenn du jetzt allerdings eben hier einen reinen Fußball-Store hast, hast du auch eine Nische mit reinen Fußball-Fans. Okay? Das bedeutet wiederum, alle Produkte, die du dann rausbringen wirst, kannst du an deine komplette Kundenliste vermarkten, weil du eine Kundenliste nur mit Fußball-Fans hast und nicht von allgemeinen Leuten, wo du gar nicht weißt, was ist für wen geeignet. Jedes neue Design, jedes neue Produkt kannst du an die Leute in deiner Zielgruppe, in deiner Nische vermarkten. Das nächste ist, du hast ein Logo, das an die Nische angepasst ist. Du hast eine Domain, die an die Nische angepasst ist. Der nächste Punkt ist, du kannst deinen Nischen-Store extrem gut branden, denn eine Brand, eine Marke, beinhaltet immer gleichzeitig auch eine Markenbotschaft. Und natürlich, wenn du in deiner Nische drin bist, dann hat deine Markenbotschaft immer mit der Nische zu tun. Hier geht es zum Beispiel um die Leidenschaft für Fußball. Was ist denn die Markenbotschaft von dem General Store? Dadurch, dass er in keiner Nische drin ist, hat er auch keine Markenbotschaft. Das heißt, du kannst ihn extrem, extrem schlecht branden. Und nur, wenn du gebrandet bist, dann entsteht irgendwann auch die Mund-zu-Mund-Propaganda. Denn, wenn du in einer Nische unterwegs bist, Leute, die Teil deiner Zielgruppe sind, die treffen sich auch untereinander. Fußballfans treffen sich untereinander. Wenn also mehrere Leute deine Designs tragen und sich bei diesen Nischen treffen, sage ich jetzt mal, treffen, und dem einen gefällt das Design, das der andere anhat, und er fragt ihn, wo hat er denn das her, ja, dann beginnen sich die Leute von deinem Shop zu erzählen. Okay? Und das funktioniert bei dem General Store wieder nicht, weil er eben nicht diese leidenschaftliche Nische ist. Das heißt, es wird auch kein Mund-zu-Mund-Propaganda entstehen. Und vor allem heutzutage ist Branding nochmal viel, viel wichtiger. Genau deswegen, weil so viele 0815 nicht gebrandeten Pseudo-Dropshipping-Shops eben da draußen unterwegs sind. Und wenn du nicht gebrandet bist, dann hast du einfach heute keine Chance mehr. Die Leute wollen Vertrauen haben und Vertrauen entsteht immer bei gebrandeten Shops beziehungsweise bei Marken. Schon allein deswegen, by the way, Randnotiz, weil Leute einfach eine Marke automatisch mit höherer Qualität assoziieren. Muss ja gar nicht stimmen, aber das ist einfach die, ich sag mal, Käuferpsychologie und die Psychologie von den Menschen da draußen. Deswegen hier ganz klar der Hinweis an dich. Mach nicht den Fehler. Versuch es nicht mit einem General Store, mit dem klassischen Dropshipping. Wenn du wirklich deutlich mehr Geld verdienen willst, dann bau dir einen gebrandeten Shop auf in einer Nische mit Kundenindividuellen Print-on-Demand-Produkten. Wenn du nicht weißt, wie das Ganze geht, schreib mir gerne eine Nachricht bei Instagram, Bastian Hook. Schreib mir auch gerne in die Kommentare rein, wenn du zu ganz bestimmten Themenvideos haben möchtest. Ich werde hier fast jede Woche, haue ich neue Videos raus zu diesem ganzen Thema. Ich freue mich, falls dir das Video gefallen hat, hinterlasse mir dann gerne einen Like, abonniere meinen Channel und ich freue mich auf dich und ab bis zum nächsten Mal.